Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Es wird eine kleine Spieltagsvorschau geben zum zweiten Spieltag. Ich weiß noch nicht, ob ich das so fortführe, aber ich habe gerade Zeit und ein bisschen Lust, über den Spieltag zu quatschen. Das ist nicht geskriptet. Ich habe mir ja hier nicht groß was aufgeschrieben, sondern lediglich im Auge die Ergebnisse der letzten Woche. Und dann werde ich dementsprechend zu jeder Partie versuchen, etwas zu sagen. Fangen wir mal an direkt. Ihr wollt ja gar nicht viel Gelaber hören, sondern was ich vielleicht zum Spieltag zu sagen habe. Noch kurz als Erinnerung, morgen wird es wahrscheinlich um 9 Uhr einen Stream geben zur Premier League. Aber gut, los geht es mit Hannover gegen Dortmund. Hannover hat Bremen ja, die ein bisschen Ansprüche haben, ein 1-1 abbringen können durch ein Tor von Hendrik Weidand. Ich weiß nicht, in der 76. oder so. Wobei ich da auch sagen muss, Bremen, da werde ich auch später wahrscheinlich noch was zu sagen, denen wird ja jetzt so angelastet oder gesagt, die sprechen aus, dass sie in der Euroleague spielen wollen. Das haben sie so gar nicht gesagt, die Bremer. Wie gesagt, da werde ich gleich am besten noch mal genauer hingehen. Aber erstmal Hannover gegen Dortmund. Darum geht es ja, sorry. Meine Meinung nach, ja, für Hannover ein gutes Resultat. Man darf sie in dieser Saison nicht unterschätzen. Aber Dortmund war gegen Leipzig trotz 0-1 Rückstand in der ersten Minute dann voll in Fahrt. Ist dann ja vor der Pause zum 3-1 sogar gekommen. Hat sehr gut gespielt. Und ist meiner Meinung nach in dieser Partie dementsprechend auch favorisiert. Und ich glaube auch, dass Dortmund da gewinnen wird. Man darf Hannover nicht unterschätzen. In der letzten Saison hat Hannover da ja 4-2, glaube ich, gewonnen. Aber da hat Zagadou auch rot bekommen, als Peter Bosz auch noch Trainer war. Dementsprechend darf man das Ergebnis auch nicht so hochhängen. Ich glaube, ja, dass Dortmund sich da durchsetzen wird. Hannover wird sich da gut schlagen. Aber letztendlich wird sich die Qualität von Dortmund da durchsetzen, schätze ich mal. Aber, naja, was kann man in der Bundesliga schon voraussagen? Ich bin nicht sonderlich stark in Prognosen oder Vorschauen oder wie auch immer das dann letztendlich ausgehen wird. Ich gebe hier einfach nur meine unqualifizierte Meinung zu ab. So, gehen wir dann zu den Samstagsspielen über. Das sind die in der Mitte. Erstmal Hoffenheim gegen Freiburg. Hoffenheim in der zweiten Halbzeit gegen Bayern. Sehr gut gespielt. Letztendlich unglücklich diesen Elfmeter bekommen. Es war meiner Meinung nach kein Elfmeter. Und ich sage die ganze Zeit meiner Meinung nach. Sorry, auch an dieser Stelle. Es war kein Elfmeter aus meiner Sicht. Trotzdem muss Havard Nordfeit da nicht so früh zur Grätsche gehen. Da war schon klar, als der runtergegangen ist, das gibt irgendwie zumindest Handelfmeter oder irgendwie holt Ribéry da was raus. Ja, ist dann auch passiert. Dementsprechend dumpf von Nordfeit und unnötig. Also alles gut letztendlich. Meiner Meinung nach. Auch nicht unverdient verloren. Aber es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen für Hoffenheim. Jetzt gegen Freiburg, die zu Hause gegen Frankfurt 0-2 verloren haben, hatten viele Chancen. Frederik Rönne von Frankfurt hat da einiges rausgeholt. Und ja, dennoch glaube ich, dass in diesem kleinen Badenderby, wenn man das so sagen möchte, auch wenn die Freiburger wahrscheinlich die Hoffenheimer nicht so gerne als Badener sehen, aber ist ja auch eine andere Sache, glaube ich, dass sich Hoffenheim da durchsetzen wird. Bessere Mannschaft. Wie gesagt, der zweite Durchgang gegen Bayern hat definitiv Hoffnung gemacht aus Hoffenheimer Sicht. Dementsprechend werden die sich da, glaube ich, auf eigenem Platze durchsetzen können. Zumal auch an der Seitenlinie Christian Streich wieder nicht stehen wird, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Auch eine kleine Schwächung, glaube ich, für den SCF. Kommen wir dann zur Partie rechts daneben. Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Leverkusen enttäuscht gegen Gladbach. Zwar in der ersten Halbzeit die Möglichkeiten gehabt, aber auch da schon 11 Meter verursacht. Letztendlich 2 zu 0 verloren. Ich habe gar nicht so viel davon sehen können, weil ich in Berlin im Stadion war. Dementsprechend nur die Zusammenfassung und die Tore gesehen. Ja, sehr unglücklicher Auftritt würde ich jetzt Leverkusen nicht zu schwer anlasten. Und zu Hause zeigen sie ja immer noch mal ein anderes Gesicht. Aber mit Wolfsburg kommt jetzt auch, glaube ich, kein ganz einfacher Gegner nach dem 2-1 gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg, ja. Wolfsburg gegen Wolfsburg 2-1, genau. Wolfsburg gegen Schalke, das 2-1. War zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, okay, zumindest der Kampf und der Einsatz stimmt bei Wolfsburg. Vielleicht entwickelt sich da auch was. Sie haben jetzt Jekyll abgegeben, der in der letzten Saison eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat bei Wolfsburg, wenn er gespielt hat. Gut, wird jetzt, glaube ich, oder gehört ja eh nicht zum Stammpersonal. Dementsprechend wird das keine große Rolle spielen, aber trotzdem fand ich das mal erwähnenswert. Letztendlich, ja, glaube ich auch, dass sich da Leverkusen durchsetzen wird. Aber Wolfsburg, wenn sie sich so schlagen wie letzte Woche gegen Schalke, kein einfaches Kanonenfutter sein wird. Aber es kann auch sein, dass das jetzt nur ein kurzes Strohfeuer war und Wolfsburg da die Hütte voll bekommt. Aber Leverkusen, wie gesagt, muss sich nach dem 0-2 in Gladbach auch erstmal wieder fangen. So, die nächste Partie. Frankfurt gegen Werder Bremen. Ja, die Frankfurter konnten beim 2-0 gegen Freiburg, wo man am ersten Spieltag halt auch erstmal bestehen muss. Ich glaube, vor ein oder zwei Saisons war Frankfurter auch relativ früh in der Saison zu Gast. Vielleicht auch am ersten Spieltag, dass dann 0-0 ausgegangen oder so. Kann auch sein, dass ich gerade Schwachsinn rede, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Partie relativ häufig 0-0 ausgeht. Und dementsprechend war das für Adi Hütter ein großer Erfolg. Vor allem nach der Pleite im Supercup und im DFB-Pokal war das extrem wichtig, da die ersten Punkte einzufahren, um ein bisschen Ruhe wieder in den Verein zu bekommen. Auch wenn da gar nicht so groß Unruhe innerhalb des Vereins, glaube ich, war. Trotzdem war man da erstmal erleichtert. Dementsprechend, ja, sehr positives Resultat. Ja, Werder Bremen mit dem 1-1 gegen Hannover war man im Endeffekt nicht ganz zufrieden. Auch wenn es letztendlich ein später Ausgleich war. Und dementsprechend auch alles, glaube ich, nicht so schlimm war, wie es letztendlich vor der Partie ausgesehen hätte. Wenn man da gesagt hätte, es geht 1-1 aus, wäre Bremen, glaube ich, unzufriedener gewesen, als so, wie es jetzt letztendlich gelaufen ist. Trotzdem hätte man sich da den Dreier gerne erhofft. Es ist jetzt, glaube ich, zwischen den beiden Teams eine Partie auf Augenhöhe. Wie gesagt, Bremen wird ja angelastet oder vorgeworfen. Sie hätten gesagt, sie wollen unbedingt in der Europa League spielen oder sie haben den Anspruch, in der Europa League zu spielen. Die Worte waren aber, wenn ich mich nicht täusche, wenn die Teams, die da oben normalerweise reinkommen, schwächeln, wollen sie da sein. Was meiner Meinung nach relativ logisch ist und was eigentlich fast jeder Klub, außer jetzt vielleicht Düsseldorf, Nürnberg und Freiburg, so als Ansatz haben sollten. Und von daher wundere ich mich, dass jetzt ausgerechnet Bremen so, dass da jetzt so gesagt wird, die wollen unbedingt in die Europa League. Ich glaube, jedes Team würde gerne da sein, wenn die oben schwächeln, was halt die 6-7 Partien, Partien-Mannschaften sind, die da normalerweise immer mitspielen. Und deswegen muss man mal schauen, was letztendlich da so hinter steckt. Bremen hat auf jeden Fall auch das Potenzial, unter die ersten 7 zu kommen, unter die ersten 6 vielleicht. Und haben, glaube ich, auch in Frankfurt keine schlechten Chancen, aber ich tippe da eher auf ein Unentschieden, weil, ja, Frankfurt vor eigener Kulisse, die haben auch Bock und wollen nach dem 0-5 im Supercup zu Hause auch die Fans ein wenig, ja, auf ihre Kosten kommen lassen. So, dann kommen wir zur nächsten Partie. Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Augsburg konnte gegen den Aufsteiger Düsseldorf das 1 zu 0 drehen zum 2 zu 1. Auch aus meiner Sicht war das 1 zu 1 klar regulär. Da war meiner Meinung nach kein Foul vor. Und ich sage schon wieder meiner Meinung nach, es tut mir echt leid, in 8 Minuten, glaube ich, jetzt schon 5, 6, 7, 8 Mal und die Male, die ich gar nicht mitgeteilt habe. Aber egal, das ist eine andere Sache. Ja, Augsburg Respekt auf jeden Fall an dieser Stelle, aber Gladbach hat auch auf jeden Fall sehr zu zu gefallen gewusst. Gegen Leverkusen 2 zu 0 gewonnen, gegen BSC oder BFC Hashtag, ich weiß gar nicht, wie die heißen, im Pokal mit 11 zu 1 gewonnen. Und ja, von daher, Gladbach ist, glaube ich, in noch ein Stück besserer Verfassung als Augsburg und sind qualitativ auch besser gegen die Fuggerstädter zu spielen. Ist aber auch immer unangenehm und vor allem in Augsburg wird es gar keine leichte Aufgabe für Gladbach. Ich glaube, im Endeffekt werden sie sich da trotzdem durchsetzen, weil sie auch, ja, in der Breite, glaube ich, den deutlich besseren Kader haben als Augsburg. Zumal ja da auch noch Fynn Burgersson fehlt und ja, letztendlich waren es zwei Kopfballtore, glaube ich, die Augsburg zum Drehen der Partie gebracht haben. Und ich glaube, das wird Gladbach so nicht zulassen und Hacking hat da genug Erfahrung, den Dreier mit nach Hause wieder nach Mönchengladbach zu nehmen. Und jetzt kommen wir zur fünften und letzten Partie des Samstagnachmittags. Das ist der 1. FC Nürnberg gegen Mainz 05. Wie schon erwähnt eben, war ich letzte Woche Samstag in Berlin gegen Nürnberg und es war von beiden Seiten keine wirklich attraktive Partie. Kann man auch sagen, weiß man vorher und es war im Prinzip auch klar, dass es keine spannende Partie wird. Und Hertha hat sich jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, aber es war so, ja, wenn sie gerade mal was machen mussten, dann haben sie das gemacht. Haben fast gar nicht zugelassen. Nürnberg bis auf den Elfmeter fast keine Chance, also zumindest keine ernstzunehmende Chance gehabt. Ja, der ist schwer für einen Aufsteiger bei Hertha zu spielen, sehr undankbar. Ich glaube, gegen Hertha spielt man nicht gerne, weil die einfach so effektiv spielen für die Möglichkeiten, die Hertha hat, wo wir auch gleich noch zu kommen. Machen sie das einfach überragend, das ist absolut unschön anzuschauen. Aber Nürnberg war auch absolut einfallslos. Bisschen Hoffnung hat gemacht, Yuya Kubo, linkes Mittelfeld von Gent, glaube ich, ausgeliehen. Und ja, vielleicht baut man da auf den so ein bisschen und zu Hause die Atmosphäre im Max-Morlock-Stadion ist logischerweise auch immer noch ein kleiner Anreiz für die Spieler, für die komplette Mannschaft. Und ja, mit Mainz kommt aber ein Team, das Stuttgart geschlagen hat, 1-0. Über die 90 Minuten, glaube ich, auch die verdiente Führung kurz vor Schluss erführt von Anthony Uccia. Vielleicht schlägt er jetzt auch mal endlich wieder ein. Wird extrem schwer für Nürnberg. Mainz ist auch einfach so abgezockt. Und so eine erfahrene Mannschaft in der ersten Bundesliga, dass es da auch sehr schwer wird. Jetzt geht Pablo de Blases, aber ich glaube, das war schon einkalkuliert. Von daher wird es Mainz jetzt nicht sonderlich aus der Bahn werfen, dass der jetzt weg ist. Ich glaube, Mainz wird sich eventuell knapp durchsetzen, aber das ist so eine Partie. Da werden Kleinigkeiten entscheiden, da bin ich mir relativ sicher. Im Endeffekt kann es auch passieren, dass Nürnberg da gewinnt durch, ja, weiß nicht, ein Tor von Andrej Petrak aus. 25 Metern, abgefälschter Schuss, keine Chance für Müller oder so. Also deswegen wage ich da keine Prognose. Ich tendiere aber dazu, dass sich auch da der Gast durchsetzen wird. Und Mainz, ja, vielleicht mit einem Torunterschied siegreich von dann entzieht. So, kommen wir zum Spiel am Samstagabend. Das Topspiel Stuttgart gegen Bayern München. Im, ja, letzten Saisonspiel hat Stuttgart da 4-1 gewonnen in der Allianz Arena, aber das ist absolut zu 0 Prozent einzubeziehen zu diesem Spiel. Stuttgart gegen Mainz hat sich extrem schwer getan. Wie auch eben schon erwähnt, ja, Bayern. Letztendlich gegen Hoffenheim einen, ja, Champions-League-Kandidaten zumindest mit 3-1 besiegt. Ich glaube, Bayern, ja, muss man gar nicht viel zu sagen und kann man auch nicht viel zu sagen. Wenn Stuttgart über sich hinauswächst, auch wenn das jetzt vielleicht eine relativ hohle Phrase ist, kann da vielleicht was reißen. Und ich traue denen das auch durchaus zu, mit Gomez vorne, aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie das wirklich zustande kommen soll. Das muss, wie gesagt, dann wirklich alles passen und Badstube hat sich letzte Woche auch nicht so gut angestellt. Beim Gegentor gegen Mainz sah er extrem schlecht aus. Vielleicht steckt das auch noch so ein bisschen in den Köpfen. Ich glaube, da wird sich Bayern durchsetzen. Vielleicht erleben wir auch eine riesengroße Überraschung. Wäre auch meiner Meinung nach mal nicht schlecht, nicht unangebracht. Aber, ja, glaube ich jetzt nicht. Und, ja, Bayern, mit ihrer Qualität werden sie sich da durchsetzen. Auch wenn sie gegen Hoffenheim ein bisschen gestruggelt haben. Im Endeffekt war es Bayern. Im Endeffekt hat Bayern gewonnen und das ist das, was zählt. Und, ja, kommen wir zum Sonntag. Um 15.30 Uhr spielt da Leipzig gegen Düsseldorf. Düsseldorf hat, ja, den 1-0 oder die 1-0-Führung verspielt gegen Augsburg, was zu Hause sicherlich sehr, sehr schmerzhaft war und letztendlich auch noch länger in den Köpfen drin sein wird. Und Leipzig hat nach dem 4-1 in Dortmund sicherlich von Ralf Rangnick ordentlich eine Standpauke erhalten. Von daher gehe ich davon aus, dass Leipzig da Düsseldorf, so leid es mir auch tut, überrennen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es durchaus ein 3- oder 4-0 geben wird. Was aber auch wieder sein kann, man weiß es ja nie, Friedhelm Funkel ist echt ein Fuchs und vielleicht gewinnt das Düsseldorf auch ganz knapp mit 1-0 durch ein Standardtor. Dementsprechend tendiere ich da auch deutlich zu Leipzig, aber würde auch nicht ausschließen, dass Düsseldorf das durch irgendwelche komischen Umstände auch gewinnt. Sei es, wie gesagt, auch irgendwie ein umstrittener Foul-Elfmeter oder was auch immer. Ich glaube aber eher, dass Leipzig gewinnt. Um zum Abschluss des zweiten Spieltages spielt Schalke gegen Hertha BSC. Zwei Mannschaften, die sich irgendwie gar nicht leiden können. Finde ich immer ein bisschen interessant. Ich glaube, das rührt aus den 30er Jahren, wenn es mich nicht täuscht. Also eine uralte Rivalität. Ich glaube aber, dass Hertha das ein bisschen ernster nimmt als Schalke. Schalke, klar, da ist Dortmund der absolute Rivale und Hertha ja vielleicht wird da zwar auch als Rivale gesehen, aber definitiv auf einem ganz anderen Niveau. Hertha sieht das, glaube ich, ein bisschen enger. Da wird auf der Anzeigentafel auch nicht Schalke angezeigt, sondern Gelsenkirchen. Das war ganz lustig letzte Woche zu sehen, wusste ich nämlich vorher auch nicht. Aber zur Partie an sich, ja, Schalke 2 zu 1 durch komische Umstände gegen Wolfsburg verloren. Da hat aber auch nicht so viel gestimmt. Auch da habe ich die 90 Minuten kaum verfolgen können, weil es ja parallel lief zum Hertha-Spiel. Müssen sie normalerweise gewinnen. Ich glaube, Domenico Tedesco tut jetzt gut daran, nicht zu lamentieren und darüber zu schnacken, wie jetzt Patrick Idrich mit ihm gesprochen hat. Ich glaube, also Schalke wird sich da sicherlich wieder fangen. Ich mag auch Schalke eigentlich ganz gerne. Ich mag aber auch Hertha ganz gerne. Deswegen, ja, fällt es mir ein bisschen schwer, da ein Urteil zu fällen. Letztendlich glaube ich aber, dass sich Schalke da knapp durchsetzen wird. Es wird, befürchte ich, kein schön anzuschauendes Spiel, weil Hertha halt wirklich nur das tut, was nötig ist und so viel kämpft und so viel beißt und arbeitet, dass es schwer wird, da was zu machen. Und Schalke eben auch eigentlich eher eine Mannschaft ist, die da nicht über das Spielerische zwangsläufig kommt. Und damit will ich nicht sagen, dass Schalke keinen Fußball spielen kann. Aber so, ich will mich da jetzt nicht reinreiten, vor allem nicht bei den Schalke-Fans. Ich glaube schon, dass Schalke eine bessere Spielanlage hat als Hertha. Aber das ist schon so ein bisschen, ja, manchmal vielleicht so ein bisschen letztendlich die Durchschlagskraft fehlt. Es ist trotzdem immer noch Schalke und ich glaube, zu Hause werden sie sich da auch durchsetzen können. Es wird kein schönes Spiel, aber Schalke wird da sich letztendlich knapp durchsetzen können. Und wie das passiert, im Endeffekt ist ja egal. Hauptsache der Sieg steht sicherlich. Zumindest aus Schalker Sicht wäre das die Hauptsache. Ja, das war meine Bundesliga-Vorschau. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Wenn jetzt überhaupt noch jemand zuhört, ansonsten, ja, danke dafür, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und ja, eventuell war es jetzt das erste und das letzte Mal, dass ich so ein Video gemacht habe. Ich weiß ja nicht, ob sich das überhaupt Leute reinziehen. Einige Wortwiederholungen und von daher, ja, vielleicht auch nicht unbedingt das allerhochqualitativste Video. Trotzdem danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Besser gesagt, viel Spaß jetzt mit der Bundesliga. Vielleicht sehe ich ja jemanden oder höre ich jemanden von euch morgen im Livestream um 9 Uhr. Und ja, bis dahin und schönes Fußballwochenende. Ciao. Bis zum nächsten Mal.